Manchmal läuft es im Leben nicht so, wie man gerade will. Und die Vanya hat sich die letzten Jahre durchgekämpft und leider die Freude und die Motivation am Stylen, Schminken und auffallenden Kleider zu tragen verloren. Heute möchte die Zürcherin aus dem grauen Alltag ausbrechen. Ich habe mich beim Newstyle angemeldet, weil ich diese Sendung schon seit Jahren schaue und immer wieder fasziniert bin von den Veränderungen, die hier stattfinden. Und dass ich das bei mir natürlich auch erhoffe, vor allem etwas mehr Farbe und Freude in meinem Leben zu haben. Ja, Vanya, diese Farbe und Freude bringen heute unsere Profis in dein Leben. Das sind das Beauty-Team von Clarence, der Hairstylist Felix Fischer und die Modestylistin Luisa Rossi. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Felix. Du kannst gleich hierher sitzen, gerne. Am Morgen früh gibt es bei Felix Fischer eine neue Frisur. Wow, viel mehr Haare als man denkt. Das ist so ein feines Haar, das habe ich wahnsinnig viel Sinn. Es ist so ein bisschen eine Matte. Um die Haare ein bisschen zum Leben zu erwecken, hat man viel mehr Stufe hinein. Es hat viel mehr Tiefe hinein müssen, weil die Farbe so dermaßen durchgemessen war, dass es gar keine Messe mehr gewesen sind, sondern es war einfach so ein beige Teppich gewesen. Was ich gemacht habe, ist, die Ansätze ein bisschen heller gefärbt, aber gleich dunkel geblieben, dann dunkle Messe reingezogen, dass Blond wieder als Blond vorkommen ist, als Messe, als Sonne. Es ist eine wunderschöne Frau, es hat ein sehr feines Gesicht, ein sehr feiner Körper. Ich glaube, die Haare mussten einfach noch einen Rahmen geben. Der perfekte Abschluss für den neuen Haarschnitt macht Styling mit dem Föhn und den Rundhaarbürsten aus. Vanja, ihre Premiere mit dem Staufenschnitt ist gelungen. Bei Clare, es geht das Verwendprogramm der gebürtigen Engländerin weiter. Heute darf ich die Vanja bei uns in der Clarens Boutique und Skinspa begrüssen. Ihr Wunsch ist es, eine schöne Anti-Age-Pflegebehandlung zu bekommen. Eine optimale Vorbereitung für eine gut befeuchtete Haut fährt mit der Gesichtsreinigung an. Und für eine Anti-Aging-Behandlung ist das auch elementar. Als Abschlusspflege werde ich unsere Multi-Intensiv-Tagespflege verwenden, welche auch einen Lifting-Effekt hat und zusätzlich auch den Lichtschutzfaktor 15. So ist auch die Haut während der Wintersonne schön geschützt. Hoi, Vanja. Hoi, Jasmin. Schön, bist du da. Freut mich. Als Vanja von der Behandlung bei Franziska zu mir kam, hat sie mir von ihrer schwierigen Zeit erzählt, die sie durchgemacht hat. Ich möchte ihr im heutigen New Style helfen, die Lebensfreude und die Frische auch anhand vom Make-Up wieder zurückzugeben. Beim heutigen Make-Up-Look bei Vanja ist mir super wichtig, dass sie auch ihre Frische wieder zurückbekommt. Für das habe ich mich für ein ganz, ganz schönes Rouge entschieden. Und zwar ist das eine Mischung zwischen einem Bronzy-Ton, Peachy-Ton und einem Rosaton. Also alles, was in der Haut natürlich vorkommt, wir intensivieren und lassen sie durch das strahlen. Jetzt braucht es noch ein passendes Augen-Make-Up. Farblich stifte ich den Lippenstift auf der Vanja ihre Fingernägel sowie auch aufs Rausch abstimme und so den Look komplettiere. Lippenstift mit der Verkommung wird angekommung für die Verkommung Untertitelung des ZDF, 2020